Komm schon, Schleifenkopf, sonst kommen wir noch zu spät zur wichtigen K.O.-Ball-Ansage. Wow! Wow! Ich habe noch nie so viele Menschen in der Kloake gesehen. Wir treffen uns immer in der Kloake. Das ist K.O.-Ball-Tradition. Alter, alle K.O.-Ball-Teams der Stadt sind hier. Da sind die Bad Kittens. Und die Grumblebees. Oh, und da sind die Lazy Susans. Uah, wir kommen dann später nach. Buttercup! Ich muss sie alle für meine Schüler-Doku interviewen. Ups, tut mir leid. Oh, ganz bestimmt. Trotteltante. Etwa vergessen, deinen Ball einzuchecken, Tess? Sagt der Klein, sie soll auf der Hutzeilen mailen. Komm schon, Grease Monkeys, es geht los. Auf geht's! Toll gemacht. Diese Grease Monkeys hätten dir jetzt beinahe den Hintern versohlt. Ähm, es macht mir nichts aus, wenn mich ein Völkerball trifft. K.O.-Ball! Und wenn du von so einem hier getroffen wirst, bist du raus. Für immer! Und dann kann man nie mehr K.O.-Ball spielen? Das ist eine dumme Regel. Es gibt keine dummen Regeln. Das ist K.O.-Ball! Ich brauche eine bessere Position. Zerstörer, Schläger und Kopfschmetterer begrüßt euren K.O.-Ball Big Boss... ...Smashly Stevens! K.O.-Baller könnt ihr schmettern! Wer hätte gedacht, dass K.O.-Ball so viel hermacht? Ich habe gehört, dass Smashly Änderungen an den K.O.-Ball-Regeln vornehmen will. Auf keinen Fall. K.O.-Ball ist perfekt. Niemals würde sie irgendetwas ändern. Ihr wisst ja, Leute, K.O.-Ball ist ein fantastisches Spiel. Aber ich denke, es ist Zeit. Zeit für eine Veränderung. Was hat sie da gesagt? Was hat sie da gesagt? Warte mal. K.O.-Ball! K.O.-Ball, warte! K.O.-Ball, warte! K.O.-Ball! Und die größte Veränderung wird sein... K.O.-Ball, warte! Hey, ich habe dich gesehen! K.O.-Ball! Die Turbitans! Sie waren es! Sie haben Smashly K.O.-Ball geschlagen! K.O.-Ball! Was? Sie lügt! K.O.-Ball ist sie! Dann geh zum Schiedsrichter. Na gut, wer ist der Schiedsrichter? Na, ich! Bobby, Susie, Raylan! Macht euch bereit zum Kampf! Los, nichts wie weg! Na, echt toll. Beim K.O.-Ball ist das wirklich das Allerschlimmste, was einer tun kann. Wegrennen. Soll das ein Witz sein? Ich hab dich eben gerettet. Wie auch immer. Hey, wir sind unschuldig. Die Grease Monkeys haben Specially K.O. geschlagen. Und ich habe alles auf Band. Hey, Streber können also doch nützlich sein. Wir zeigen ihnen das Band und beweisen unsere Unschuld. Wir brauchen nur einen Videorekorder. Ich hab's. Der Bürgermeister hat so ein schickes Dingsterbumster. Willkommen zur Essiggurkenfilm-Nacht. Mithilfe meines alten Dingsterbumster zeige ich euch heute Abend diesen Film. Lizenz zum Einmachen. Die Geschichte eines Essiggurkenfabrikanten und einer Spionin, die ihn liebte. Lizenz zum Einmachen. Süß. Nein, 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 Barry. Das ist Essig. Alter, das Rathaus ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir müssen durch feindliches K.O.-Ball-Gebiet skaten. Und ohne K.O.-Bälle sind wir geliefert. Kein Problem. Wir fliegen einfach und sind im Nu da. Nein, das ist nicht K.O.-Ball-Art. Die Derby-Tanz fliegen nicht. Wir skaten. Auf geht's, Ladies. Die K.O.-Ball-Art. Toll. Die K.O.-Ball-Art.